servus und herzlich willkommen bei einer neuen folge von fifa 16 ich hoffe euch geht es gut und wir werden heute mal wieder saison spielen aber noch mal eigentlich die diga 10 packen und wir spielen natürlich auch wieder mit dem serie a team was wir letztens so halb aufgebaut haben mit den vier spielern hier genau und dann starten wir mal suchen wir mal gegner und mal schauen ob sich einer findet wir warten und warten und haben ein gegner so gehen denn er hat nehmann ausgeliehen und ansonsten hat er ja hybrid team spanien natürlich von der ab vor dem tor gibt es kaum einen besseren er verfügt über einen überragenden abschluss so los geht's ich hoffe ich fahre mal wieder ein sieg ein wir spielen eben 433 mit zwei flügel stürmer jetzt geht es für uns weiter so schön den kopf geholt so den ball haben wir was wo war das ein freistoß mein Gott wo war das ein Foul mann 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 und jetzt ein Zweikampf so schön Robert von Palazzo so jetzt starte mal mit deinem 91 Tempo ja genau wie wie kann er mich einholen kannst du mir das sagen oder könnt ihr mir das sagen jetzt können sie gleich den Ball einwerfen mann aber nur oh schlechte Flanke damit ist der Angriff grüne steht keine Sorgen oh jetzt hat er den Ball wieder Joseca Ijon schön mit dem jetzt senden mann oh jetzt sind wir Joseca Ijon oh Klasse aufgepasst er kommt an den Ball also wie kommt denn der da es kann doch nicht sein mann witzig fix war nicht zu gefährlich schießen wir mal auf Berardi oh Gott Stolz und er passt auf und holt sich im Mittelfeld der Ball auch so eine Karte jetzt so nach vielleicht sogar noch eine Karte von hinten in die Beine so so hau mal dem an das war jetzt nicht so gut am Rabatt jetzt wird es gefährlich schön ja das ach ne dahin doch nicht das war ich so das ich ich ja ich 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 ach das ist ach so dann lass doch den vorteil mann soll ich zu sehr nach oben gepasst verdammt nehmt am Ball das ist zu sehr vorgelegt so schön ok für mich oder was für was denn so ein bisschen lächerlicher das ist aber jetzt rot oder von hinten rein da ist der bayer schon längst weg jetzt habe ich ein paar legs super nein spiel doch zu dem anderen ganz einfach an den Ball gekommen so oh bei mir leckt das superflanke da kommt er mit der Faust an den Ball gute Aktion so ach man jetzt kommt der stoppt da dem block dann mein gott und natürlich wieder vor mir nach mal nach unten das ist so schwierig die kurschen schönen gemacht hat das ist doch kein Foul so natürlich kein Problem erholt also so keine Sonne läuft das ist doch zum Kotzen so schöner Ball ja wohl geiles Ding Alter ich dachte schon der ist im Außennetz gelandet da war man drauf gezogen so schön und dafür werden sie bestraft schön so so auch noch mal und auch kein nicht Prozent stark genug der Passer der Kopfball zu aber war eine schöne Flanke von Pereira so man sagt jetzt müssen wir auch mal das Ergebnis halten die zweite Hälfte wurde angepüfft so let's go da war schwach Romero die geht zwar gut sehr gut stören viele Mann sehr gut wieder ein Wurf Victor Rodrigues Buchstattes so das war was vom PC oh jetzt leckt es wieder das könnte eine Gelegenheit werden da muss jemand ran oh Alter sag ich schon mach dein Tor wie so haut er die Magie da rechts ach man vor dem Eckball da kommt unser boah wie das legt ah wie hier dann sollte man da definitiv konzentriert machen wir mal kurz zack zack und jetzt nein zusammen abseits oder scheiße man ich will gleich zu ihm nicht passen ah schön ja kurz vor der Pause hat er sie in Führung gebracht das war natürlich extrem wichtig eine sehr gute Aktion von ihm oh oh es war ein geiler Pass ah schön wohl ah schlecht so oh 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 ja ey ach komm das ist doch ein Elfmeter oder er zieht mich doch da runter oh am Rabatt am Rabatt so ganz ruhig so ganz ruhig oh nuns Rotmann so was mach mal ja danke es gibt Freistoß jetzt gerade sind wir eingeblendet die Anzahl der Fouls jetzt Rotmann so lass mal ein bisschen den Gegner laufen da erlaubt er erlaubt er erlaubt er zieht sich an aber dieser Ballbesitz Fußball ist das Ergebnis von hartem Training hoch da spielst du den Spieler als Abnehmer für diese Flanke bereit oh man also es ist immer noch zum es ist nervt dann am Rabatt ah er verliert die Balance nicht gute Körperwärtschung r er 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 klinge ich den auch nein aber wenigstens Ecke hier sehen wir den Treffer nochmal so komm jetzt muss er rein iiii oh schade Enrique Oh Auch sehr gefährlich Was er macht Oh, das war mir noch sowas Hört nach Wichtig, dass er hier an den Ball kommt Schön Jetzt kommen alle ran Oh, schlecht wieder von mir Oh, schöner Fallrückzieher Ah, da kann er auch mal reingehen Ach, das ist doch kein Foul Das verstehe ich nicht Da wird keine Zeit verschwindet Schnell ausgeführter Freistoß Oh, jetzt muss das 2-0 kommen, sonst haben wir wieder hier Das kommt ein Ausgleich Das wollen wir ja nicht Oh, schlechter Pass Schön Oh, nee, 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 so nicht So nicht Oh Ah, für uns oder? ja jetzt kommen eine undliche Flanke Lacko Strafraum abgefangen noch legen sie in vorn aber können sie diesen knappen nur ganz ruhig auf jeden Fall Wolf aber immer dran denken ein Fehler und du hast hier den Ausgleich das kann ganz schnell gehen auch wo spiele ich denn hin schön er sollte auch bloß hochspielen da ist er aufmerksam und hat den Ball klasse der Blick zur Uhr noch sieben Minuten aber dann kommt doch noch einer dazwischen jetzt müssen wir ein bisschen ruhiger spielen mal den Ball laufen lassen oh das hat er lahnt und wenn er Pech hat fliegt er jetzt vom Platz so machen wir schnell dann war er so und er hat den Ball viele Mann gut gehalten Wahnsinn Mann Musiker vom Ball die zur Ruhe auch bei dem Weg bei Leipzig müssen so ganz ruhig was mache ich da scheiße man echt ich spiel einen rot zusammen das gibt es doch nicht was soll denn das ach komm ich will doch nur zum Torwart hinterspassen und dass er den raushaut dann kommt er mir in die Füße rein und das ist dann kein Foul oder was komm, hör auf das ist doch ein Foul, das tut mir leid Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann das Ding doch schon verloren, das gibt es doch gar nicht und dann dieses Tor, Wahnsinn Sie haben hier also den Ausgleich geschafft Ach, Mann, ey, ich spiel einen rot zusammen verliere oder haben wir das Spiel unentschieden? Ach, Mann, ich spiel wie du hast doch gar nicht das ist doch gar nicht nicht ich spiel Untertitelung des ZDF, 2020